Bist du noch dabei? Äh, ich glaub du meinst den No-Not-November. Gut. Ja, sowas gibt's in Bayern nicht. Warte, du hörst Youngblood? Ja, tatsächlich schon. Und das Geilste ist, ich hab hier hinten einmal Youngblood auf Vinyl. Und hier. Wie einfach niemand checkt, dass der Hintergrund Greenscreen ist. Scheiße, man, stimmt. Der ist komplett Greenscreen. Und lass sehr gern das Plus verschwinden.